Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und nicht erschrecken, es steht zwar 60 Minuten in der Überschrift, aber dieser Podcast wird vermutlich keine 60 Minuten lang sein. Und damit hallo und willkommen zur Besprechung des Films 60 Minuten, dem neuen Netflix-Exklusiv-Film aus Deutschland, der am 19. Januar beim Streamingdienst erscheint. Ich bin Stu und heute an meiner Seite ist die ein Mann, dem ich schon mehr als 60 Minuten verbracht habe. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Hallo Sven. Hallo. Sven, was hast du im Vorfeld eigentlich zu 60 Minuten so gewusst? Gar nichts. Ich habe mir dann nur nachdem es hieß, ah guck mal, das könnte was für dich sein, den Trailer reingezogen und dachte, oh ja, sieht gut aus, aber ist deutsch. Ja, tatsächlich ist 60 Minuten ein Film, der, wenn man ihn beschreiben würde, glaube ich, wo jeder Action-Fan vermutlich erstmal sagen würde, ja, okay, das könnte was werden. Wenn man dann aber halt diesen Zusatz noch dran fügt, so ist es ein deutscher Film, dann ist erstmal Vorsicht geboten. Denn seien wir ehrlich, deutsches Kino oder deutscher Film und Genre-Film, insbesondere Action, es ging oft nie so gut aus. Es gab immer mal wieder Versuche, ich möchte hier vor allem auf Til Schweigers Tatort-Reihe verweisen, aber ja, meistens ist das leider nie so geglückt. 2007 gab es diesen Film Plan B, scheiß auch Plan A, deren Macher dann später sogar auch bei John Wick mitgearbeitet haben und die wirklich action-technisch einiges geleistet haben, aber der Film war ein komplettes finanzielles Desaster, würde ich sagen und hat leider auch nicht so viel Anklang gefunden. Jetzt aber halt eben Netflix und ob Netflix vielleicht jetzt zur Ehrenrettung des deutschen Kinos hier herangezogen wird, wenn es um Action geht, das werden wir jetzt herausfinden. Bevor wir das tun, müssen wir aber noch eine Sache klären, nämlich worum geht es in 60 Minuten und Sven, für uns hast du die Antwort. Octavio bereitet sich auf einen Kampf vor und möchte danach zum Geburtstag seiner Tochter, doch nach vielen Enttäuschungen stellt ihm nun seine Ex ein Ultimaltum, entweder er taucht in einer Stunde auf oder sie beantragt das alleinige Sorgerecht. Octavio verschwindet natürlich vor dem Kampf, was einigen Kriminellen nicht gefällt, die Jagd durch Berlin beginnt auf den MMA Jack Bauer. Ganz genau. Jack Bauer ist eine wunderschöne Referenz, denn der Film referenziert wegen seinem Echtzeit-Gimmick 24 alleine schon am Anfang, denn wie auffällig kann man bitte eine Schriftart auswählen? Die Schriftart, die wir im Vorspann sehen, ist wirklich eins zu eins von 24 geklaut, was ich eigentlich ganz, ganz, ganz nett finde. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, auch so diese Bild-in-Bild-Einblendungen, die dann später kommen und dass er halt immer online ist, das ist, ja, da kann man es schon. Also das, was früher das Handy oder das Blackberry für Jack Bauer war, ist jetzt hier für Octavio dieser Knopf im Ohr, dieses Handy-Headset. Das ist auch sehr wichtig. Ja, 60 Minuten, wir haben ihn vorab sehen können, vielen Dank dafür. Ja, wie soll man da einsteigen? Ich sag's direkt, ich war doch sehr von diesem Film überzeugt. Ich sage direkt auch im Vorfeld, das ist ein Film, der wird die Leute spalten, denn das ist wirklich ein sehr reduzierter Film. Du hast es ja schon in der Handlung, Beschreibung wiedergegeben, mehr passiert in dem Film auch eigentlich gar nicht. Es ist wirklich ein Film, der so ein bisschen wie zum Beispiel Dread oder Berate eine Sache etabliert, eine Geschichte etabliert und dann sind wir dabei zuzusehen, wie der Held, gespielt von Emilio Sacraia, den kennen wir als Xata aus dem Rheingold-Film, sich durch Berlin, ja, prügelt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei so einem Action-Film, das tut ja auch ganz gut wenig. Absolut, ich war tatsächlich wirklich überrascht, ich habe ihn erst gar nicht erkannt und erst beim genaueren Hinsehen dachte ich, ah, stimmt, Rheingold. Und ja, was ich da zu sehen bekommen habe, hat mich tatsächlich wirklich überrascht. Die Action ist handgemacht, die Action ist wirklich, da merkt man, da waren Leute am Werk, die haben das gelernt, die kennen das, die haben trainiert dafür, die leben dafür. Und das sind wirklich, wirklich richtig tolle Action- oder Kampfsequenzen. Man muss natürlich immer sagen, ja, aber es ist jetzt nicht so gut wie zum Beispiel Verade, das ist ja immer so für mich so das Paradebeispiel eines Martial-Arts-Films, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ich will sagen, der Kampf ist nicht so sehr drauf aus auf irgendwelche Flickflacks oder akrobatischen Tänze. Hier geht es wirklich darum, den Gegner so schnellstmöglich und effektiv auszuschalten. Also wie du schon gesagt hast, es geht hier mehr um MMA. Sven, du bist doch, was MMA angeht, jetzt, also du praktizierst nicht aktiv, aber du kennst dich da ein bisschen aus als Zuschauer, oder? Früher habe ich es gerne geguckt, mittlerweile bin ich da aber auch schon seit, also seit ein Jahr, seit ein paar Jahren raus. Die Großen kenne ich, aber ich verfolge es nicht mehr so aufmerksam wie früher. Aber fandest du, was jetzt in 60 Minuten gezeigt wird, dass das authentisch auf dich wirkte oder hattest du schon das Gefühl, das ist dann doch alles ein bisschen aufgebauscht und weniger in Anführungszeichen realistisch? Nee, null. Also das sah absolut super aus. Man muss auch sagen, dass Sakaya ja auch tatsächlich ein Martial-Arts-Background hat und alle Stunts selbst gemacht hat. Ich war wirklich, also ich war da gesessen und dachte, okay, jetzt bin ich mal gespannt auf den ersten richtigen Schlagabtausch, aber das braucht sich tatsächlich nicht zu verstecken. Ja, also ich finde auch, dass er, also die Kampfszenen sind das eine Highlight, das zweite Highlight ist er, weil er auch einfach die notwendige Physis mitbringt, die notwendige Präsenz. Und wenn ich bedenke, dass ich den vor ein paar Jahren mal gesehen habe in irgendwelchen Komöden oder Dramen und da wirkte er in Anführungszeichen wie so ein Luschi und jetzt siehst du ihn hier und er schaut das echt ganz gut, dass er, wenn er will, wirkt er unscheinbar und liebenswürdig und auch ein bisschen verletzlich. Aber der kann dann so einen Schalter umswitchen und dann wird er zum Beast, finde ich. Und das macht er hier wirklich gut. Und 60 Minuten etabliert für mich den werten Mann wirklich als einen Actionstar und ich würde ihn sehr gerne in Zukunft öfters in solchen Rollen sehen. Ja, absolut. Ich finde, er macht es wirklich super und ja, wie du schon gesagt hast, so dieses, es gibt so ein, zwei Momente, wo er dann in den Akromodus schaltet und da spürst du auch wirklich so den Hass und den Zoll. Dann der, den er dann seinem Gegenüber zuwirft und sagt, jetzt bist du fällig, Freundchen. Und da freut sich der Zuschauer dann auch drauf und denkt, okay, jetzt legst du nochmal eine Schippe drauf. Und das tun sie auch. Ich finde es auch wirklich schön, wie, ja, wie reduziert der Film ist. Also da ist wirklich kein Stück Fett zu viel dran. Er macht nicht alles richtig, dazu kommen wir dann gleich. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der Film so geradlinig so geerdet ist und wirklich so straight sein Ding durchzieht. Und ich finde das immer ganz, ganz schön. Und es ist ja auch wirklich so ein, ja, Trend, würde ich jetzt nicht sagen. Aber man merkt schon, dass in den letzten Jahren diese Actionfilme wirklich überhand genommen haben. Jetzt, wie zum Beispiel, Berate ist sehr reduziert. Fury Road war reduziert. Man kann auch gerne sagen, die ganzen Mission Impossible Filme sind sehr reduziert von der Handlung her, weil im Prinzip sie seit dem ersten Teil eigentlich immer die gleiche Geschichte erzählen. Aber ich finde, das ist für einen Actionfilm absolut okay, weil gerade bei Filmen wie 60 Minuten eben was anderes sind. Das ist halt eben die Action und die Kampfchoreografie. Und ich war wirklich stellenweise schwer beeindruckt, wie gut das aussieht. Wirklich. Ja, und die Kamera fängt es auch gut ein. Du hast zwar manchmal gehen sie mir für meinen Geschmack ein bisschen zu nah dran, aber dann hast du wieder Szenen oder ganz viele Szenen drin, wo du denkst, ey, wenn du das, also das könntest du auch nach Hollywood verkaufen. Definitiv. Eine der Darstellerinnen ist auch Stunt-Profi. Der Name ist Marie Morum. Und die hat sogar schon bei so ein paar Marvel-Sachen auch mitgemacht, wenn du zum Stunt geht. Und da merkt man auch wirklich, die Frau kann was. Und gerade so die Kampfszenen in dieser Kampfschule, da sind auch wirklich ein paar Moves drin, wo ich dachte, boah, okay, das ist jetzt wirklich, das ist wirklich toll gewesen, was die da abliefert. Ich finde auch die Kamera, die du gerade erwähnt hast, auch wirklich toll, weil sie es wirklich schafft, dass dieser Film auch eine Art von, ich möchte fast schon sagen, Bewegungsdrang hat. Also die Kamera ist immer in Bewegung. Man hat dieses Gefühl des Gehetztseins, das ja Octavio hat. Das überträgt sich relativ gut, auch auf den Zuschauer. Da haben sie wirklich, wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet. Ich will jetzt, wie gesagt, ich bin nicht so, dass ich sage, das ist jetzt das ultimative Nonplusultra in Sachen Action. Aber das muss es ja nicht sein. Es muss gut gemacht sein und das ist es mehr als deutlich. Absolut. Ja, ich kannte, ich kannte die gute Marie-Moore gar nicht und habe dann auch gegoogelt und dachte, oh, guck mal hier, Star Wars und Bond und alles drum und dran. Also die ist da ja schon ordentlich international aktiv und die macht ihre Sache auch gut. Das Krasse finde ich so momentan, gerade jetzt auch so mit Echo und auch bei True Detective haben wir ganz viele starke Frauen. Jetzt heißt es nicht mehr, ich hole meine Brüder, sondern ich hole meine Frau, die macht dich platt. Das stimmt. Und die Frau macht dich platt. Allerdings. Es gibt da ein paar Moves, da war ich wirklich beeindruckt, wirklich. Wo ich nicht so beeindruckt war und das ist für mich eine Sache, oder zwei Sachen, die ich echt schade finde. Wir haben ja gesagt, der Film hat 24 als ein Echtzeit-Gimmick. Das heißt, der Film präsentiert uns die 60 Minuten wirklich, wie gesagt, in Echtzeit. Ich hatte aber ehrlich gesagt das Gefühl, dass so nach einer halben Stunde dem Film dieses Gimmick vollkommen egal ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es gar nicht so richtig gebraucht. Wie war es bei dir? Nee. Also sie blenden ja immer wieder die Uhr ein. Die verschwindet dann auch mal so über die Hälfte des Films, wo sie dann erst mal wieder am Ende kommt, wo es dann kurz vor knapp wird. Und ich hätte es auch nicht gebraucht. Also ich fand es zwar nett, aber wenn du dann halt vergleichst, unten die Laufzeit des Films und oben blenden sie dann halt die Uhr ein, dann sieht man halt schon, dass da ein gehöriger Unterschied ist. Aber da der Film sowieso die ganze Zeit Tempo hat und wirklich halt wie Lola rennt, bloß mit Arschtritten ist, bist du sowieso die ganze Zeit unter Strom. Und da hätte ich dieses zusätzliche, wir drücken jetzt noch mal eins auf die Tube, hätte ich nicht gebraucht. Was ich leider auch nicht gebraucht hätte, und das ist für mich der größte Sprachpunkt, sind viele der Nebenfiguren. Aber gerade wenn es so um das Thema Gangster geht, ist das Drehbuch, naja, also das sind halt so diese typischen Abziehfiguren, die sie da bieten. Aber manchmal lassen die halt Satzsätze und Worthülsen von sich, die einfach, also Fremdscham pur. Ich hab mir einen Satz aufgeschrieben, den ich wirklich, also da muss, da bekam ich Gänsehaut vor Fremdscham, weil einer sagt in so einer richtig übercoolen Art so, zeig diesen Wichsern, dass wir in Berlin ficken und nicht wichsen. Und so labern die halt, also nicht alle, aber einige in einer Tour und das war mir dann doch zu drüber. Also da muss ich leider sagen, Action und Charisma, der Hauptdarsteller, top, aber die Nebenfiguren sind leider mehr so, ja, ich möchte sagen, vielleicht notwendiges Beiwerk, aber es waren immer die Szenen halt, außerhalb der Action-Szenen, wenn diese Figuren halt aufgetreten sind, wo ich dachte, ah Leute, das geht besser, selbst bei so einem Actionfilm wie eben 60 Minuten. Ja, das stimmt. Also es gab ein paar nette Sprüche, also danach folgt ja auch dieses, gute Laune sagt das mal da im Gesicht. Oder ich hab beim Biker auch gut gelacht, der immer gesagt, der dann neben ihm herfährt und ihn mitnehmen will und sagt, come with me if you wanna leave. Da hab ich dann auch gedacht, oh Terminator, cool. Aber ja, ich hab da tatsächlich auch nicht mehr erwartet. Was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist das Soundtrack, der teilweise bei den Kämpfen, gerade so im Showdown, der dann nochmal so einen Adrenalinschub gibt und sagt, auf geht's, hopp, jetzt geht's nochmal ordentlich rund, zwischendrin mir aber bei den Kämpfen gerade einfach zu wenig Wucht vermittelt. Den hast du dann, dann hast du wieder irgendwelche Deutschrap gedüngelt, während der durch die Straßen rennt. Das passt auch super, aber ich hätte mir gern bei den Kämpfen einen, ja, einen Adrenalin treibenderen Soundtrack gewünscht. Einfach der das Ganze nochmal, die Wucht der Schläge und nochmal so ein bisschen hervorhebt sozusagen. Ja, der Soundtrack ist mir nicht aufgefallen, also weder positiv noch negativ, aber ich hab dafür eh nicht so gehört. Und wenn's um Hip-Hop geht, bin ich ja eh nicht so der Fachmann, da bist du dann eher derjenige, der die Expertise dazu bringt. Ja, wie gesagt, ich finde, der Film ist gelungen. Es spielt auch viel damit rein, dass wir beide, glaube ich, nicht viel erwartet haben, weil, wie gesagt, deutscher Actionfilm, das ist so wie deutscher Actionfilm. Das ist ja wie frittiertes Eis. Das geht nicht. Nee, bitte. Aber sie haben wirklich tolle Arbeit geleistet und ich kann nur nochmal sagen, erwartet, wie gesagt, keinen großen Film, erwartet bitte auch keinen Action-Epos. Es ist ein total geerdeter, sehr klar strukturierter Actionfilm, der weiß, was er will und vor allem der auch weiß, was er kann in der Action. Und die machen da wirklich eine gute Arbeit und wenn ich bedenke halt, dass 60 Minuten vermutlich, dass die Leute den vielleicht links liegen lassen werden, weil halt eben die Vorurteile dann wieder größer sind als die eigene Neugier, ist es schade. Aber Netflix hat schon einiges geschafft. Man kann ja viel über Netflix schimpfen, aber dieser Streaming-Dienst hat auch schon geschafft, dass die ganze Welt über südkoreanische Filme und Serien redet. Das war früher auch undenkbar und vielleicht haben wir Glück und 60 Minuten schafft es auch außerhalb von Deutschland Aufmerksamkeit zu generieren. Denn die Leute, die hier für die Action verantwortlich waren und halt teilweise schon in internationalen Arbeiten verdienen es auch, dass sie dann auch weiter arbeiten können und gerne auch weitere Projekte machen. Denn ich habe auf jeden Fall nach 60 Minuten Bock nochmal einen Film zu sehen, in der sich der Hauptdarsteller durch irgendeine Stadt boxt und prügelt. Denn das hat tatsächlich Spaß gemacht. Ja, hat es auch. Also es hat mich auch wirklich komplett überrascht und da gibt es auch richtig tolle Kämpfe. Die Kämpfe in dieser Disco, wo er da versucht durchzukommen und der Typ ist gefragt, wo ist der Ausgang? Und der sagt, hey Mann, ich suche ihn schon seit drei Tagen. Ich schaue genau, um Gottes Willen. Aber nein, du wirst trotz einiger, ja, trotz einiger wirklich billiger Dialoge, wirst du mit hochklassischer Action versorgt. Und ich muss auch wirklich sagen, ich meine, ich habe nicht so viele deutsche Serien oder Filme gesehen, aber auch die, wo es halt um Action ging. Aber das hier ist dann tatsächlich, wenn ich mich jemand fragen würde, meine Nummer eins für deutsche Action. Genau. Danach kommt dann diese Drombusch, würde ich sagen. Und dann Lindenstraße, ja. Es fällt wirklich schwer, Referenzwerke zu finden, finde ich. Also ich habe, man kann da diesen Plan B von 2017 nehmen, der gute Action hat, aber der ist halt wesentlich humorvoller, ja. Und das ist, 60 Minuten ist kein humorvoller Film. Der ist relativ ernst. Der ist jetzt nicht bierernst, aber der ist schon so, dass er jetzt nicht versucht, das Publikum ständig zum Lacken zu bringen. Und das ist auch kein Meta-Fest. Und ansonsten hast du halt noch diese Chiller-Filme, die furchtbar waren. Tut mir leid. Und ansonsten ist Action in Deutschland halt einfach so eine Mangelware, dass es echt schön ist, dass es jetzt sowas wie 60 Minuten geht. Und ich hoffe, dass der wirklich Anklang findet. Eine Frage hätte ich noch. Wir beide sind ja nicht nur ein Herz und eine Seele. Wir beide mögen unsere Action auch gerne mal ein bisschen härter. Ich sage jetzt hier, wie ihr holt nochmal, The Raid ist ja sehr hart. Oder Scott Adkins, Michael J. White, die sind ja auch großartig, wenn man sie lässt. Wo würdest du jetzt hier 60 Minuten verorten? Würdest du sagen, das ist ein knüppelharter Klopper-Film? Oder würdest du sagen, der ist schon hier und da ein bisschen brutal, aber es hält sich in Grenzen? Ja, das Letztere. Also es gibt ein, zwei Szenen, die fand ich, aber du siehst es zwar nicht, du siehst dann das Resultat, was passiert. Die fand ich, wo ich gedacht habe, okay, ja, jetzt ist die 16er ein bisschen gerechtfertigt. Aber, also wer jetzt hofft, dass hier Arme gebrochen, Beine gebrochen und sonst was werden, den muss ich enttäuschen. Soweit kommt es nicht. Ich hätte es zwar auch gerne gesehen, weil es auch gepasst hätte. Aber ja, die Action ist, ja, sie hat ein, zwei Spitzen, aber sie ist jetzt nicht dolle brutal. Also das ist natürlich. Gut, ich würde sagen, dann hätten wir hier so gut es geht geklärt, warum wir zwei finden, dass 60 Minuten ein sehenswerter Actionfilm ist. Du kannst jetzt gerne noch ein kleines Fazit ans Ende hängen, wenn du willst. An alle Actionfans, gebt dem Film eine Chance. Er geht nicht lang, er ist temporeich, er ist actionreich, er macht, mir hat er jede Menge Spaß gemacht und ich bin wirklich kein Fan des deutschen Actionfilms oder Films. Aber das Ding verdient Aufmerksamkeit. Ja, gehe ich so komplett mit. Es ist, er wartet einfach kein Meisterwerk. Das ist, glaube ich, wichtig. Und versucht nicht andauernd zu vergleichen mit dem oder dem Actionfilm, sondern nehmt diesen Film einfach als das, was er ist. Und das ist ein sehr gut gemachter und wirklich auch sehr mitreißender Actionfilm, der nicht fehlerfrei ist, aber wirklich, ich war baff, wie gut er mir gefallen hat und auch wie gut er gemacht worden ist. Und deswegen, bitte, bitte, gebt ihm eine Chance, denn ich habe trotzdem das Gefühl, wir werden sowas in naher Zukunft vielleicht nicht so häufig mehr sehen. Genau wie in der Vergangenheit auch schon nicht. Deswegen, 60 Minuten von uns beiden gibt es eine Empfehlung. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Auch auf unserer natürlich Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich und der Sven, ja, wir gehen jetzt in unser Dojo. Will sagen, wir gehen jetzt Mittagsschlaf machen und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Gabts euch gewohl. Bis zum nächsten Mal und Sven, dir gebührt das letzte Wort. Heute Abend habe ich schon mal Bock auf mehr Martial Arts oder Bibi und Tina. Viel Spaß. Tschüss, tschüss. Du bist ja richtig. Bibi und Tina, du Killer. Ja, der hat ja auch mitgespielt. Ah, okay. Das erklärt einige. Und zwei, mehrere. Wenn ich in Bibi und Tina mitspielen würde, würde ich mich, glaube ich, auch durch Halbberlin prügeln. Aber dann würdest du es nicht gucken. Obwohl doch. Eins auf jeden Fall. Dann würdest du es erst recht gucken, mein Lieber. Dann würdest du es erst recht gucken. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast. Zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus